Hi zusammen, wir sind auf Gran Canaria und heute wollen wir den höchsten Inselberg besteigen. Und zwar ist es der Pico de las Nieves und wir befinden uns gerade hier und werden jetzt eine kleine Tour machen auf den Inselberg und es sind ungefähr so 320 Höhenmeter. Es ist eine relativ kurze Tour, kann man auch mal schön am Nachmittag machen und das starten wir jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017